Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 31.05.2021. Damit den letzten Handelstag im Mai. Die Amerikaner haben geschlossen, Handel nicht. Demzufolge durfte der Mai-Schluss wahrscheinlich auch im europäischen Handel eher träge verlaufen. Zumindest kennt man das aus den letzten US-Feiertagen oder eigentlich aus allen US-Feiertagen. Es ist einfach so, die Amerikaner haben mit ihrer Börse, sage ich mal, das größte Fenster, den größten Einflussbereich weltweit, handelt jeder irgendwo. Also wenn wir in Deutschland handeln, dann kaufen wir vielleicht noch chinesische Werte, kaufen deutsche Werte, kaufen aber meistens amerikanische Werte. Das ist in jedem Land so, dadurch bläht sich das insgesamt auf und am Ende handelt irgendwo jeder mit den Amerikanern mit. Alles auch irgendwo am Dollar dran und deswegen ist es einfach so, dass wenn in Amerika Feiertag ist, viele halt auch in Deutschland und anderen Börsen dem Packhead fernbleiben, einfach weil eine große Gruppe fehlt von handelbaren Assets und demzufolge das als Brückentag genutzt wird. Viele denken dann immer, ach ja, wenn die Amerikaner nicht handeln, dann bewegt sich der ganze Markt nicht. Wie als würden die Amerikaner den ganzen Markt wandeln, das ist so nicht ganz. Das ist einfach eher mehr eine Effizienzfrage. Wenn nicht viel geht, dann nimmt man den Tag zum Überstundenabbau oder zum Urlaub dranhängen, verlängern, das Wochenende machen. Und demzufolge dürfte nicht viel passieren. Zum Freitag hatten wir uns einen DAX hier als Joyce Rehe hingestellt. Der hat sich als stolzer Hirsch platziert und gezeigt. Wir hatten darüber gesprochen, wenn er jetzt weiter hochgeht, hatten er auch gesagt, dass das was sogar vielleicht wahrscheinlicher ist, dadurch, dass er eben die 400 jetzt verteidigt hat. Wenn er hochgeht, dass er dann eben wieder leicht 5, 10, 5, 50 und auch die 600 erreichen könne. Für 600 hat es nicht mehr gereicht. 5, 10, 5, 50 ist es geworden. 5, 50 finde ich vollkommen okay. Das war für mich auch so ein Punkt, wo ich so gesagt hätte, dass das durchaus ausreichend ist zum Freitag. Angesichts auch des nun anstehenden Feiertagsvon der Tageskerze dürfte das ein bisschen komisch aussehen. Sehr lange, sehr, 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 sehr lange doch dran um. Das würde eher nach unten implizieren. Das würde ich jetzt hier aber auf Untergottner der Zeiteinheit nicht mitgeben wollen. Ich glaube schon, solange der jetzt hier über 4, 65, vielleicht sogar über 5, 10 bleibt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich zum Startlash über die 5, 10 legt. Dürfte zum Montag weiter probieren, 5, 50 zu überwinden, 600 zu überwinden. Und dann kommt der Auftakt für den Juni. Dann könnt ihr noch einen Juni hochstellen. Das haben wir ja auch öfter mal mit im Zungenschlag drin gehabt. Dass Dax, Sell & My & Go Away oft noch einen Juni hoch gefolgt wird, bevor er dann wegkippt. Und das könnte ich mir kurz gut vorstellen, dass wir dann zum Dienstag vielleicht noch mal ein bisschen rausstoßen, zum Monatsauftakt und dann wieder uns zurückziehen, ein bisschen in die Seitwärts gehen, ein bisschen Sommerpause vortäuschen, bevor dann unten raus wieder Spaß, Spannung und Pur kommt und er dann deutlicher wegkippt. Also das wäre jedenfalls meine Erwartungshaltung zwischen 5, 10, 5, 50 und 600 zum Montag. Irgendwelches Rumgeeier, schön langsam träge, wegen Feiertag der Amerikaner. Wundert euch nicht, es kann trotzdem sein, dass er 9 Uhr ein bisschen spuckt, dass er ein bisschen versucht, große Bewegung zu machen. Die dürften aber relativ zügig absterben, abäppen. Und dann wird der Markt wahrscheinlich ab 11.45, 11.30 schon in eine Art Todstache fallen und sich erst am Dienstag weiterzucken halt, wenn die Amerikaner dann wieder mit dabei sind. Oder zumindest der amerikanische Markt offen ist, wo man den Zugenschlag nicht auf die falsche Seite bringt. Das ist soweit meine Erwartungshaltung. Negativ überraschend würde mich, wenn er unter 4,65 notiert. Notiert er unter 4,65 könnte ich mir vorstellen, dass er das Gap closed auf der 4,30 hier unten, dass er da noch reinsteht. Das hat er zum Freitag ein bisschen offen gelassen, dass er im Bereich 4,30, 400 geht, sich dort dann seitwärts schiebt und dann wird er wahrscheinlich zum Monatsauftakt erstmal kurz nach unten stechen und dann später nochmal hoch. Das würde dann so hier ablaufen. Moment, muss ich mal das richtige Tool ranholen. Halleler Kanal. Springen wir hier hoch, springen wir hier ran und da runter und dann würde das quasi einmal nach unten ablaufen. Er würde sich zum Dienstag dann hier wahrscheinlich eher nach unten, er würde zum Montag jetzt hier irgendwie sich hier so zur Seite schieben, dann zum Dienstag hier nach unten schlagen, gleich am Vormittag auf die 300 drauf, vielleicht auch die 270 und dann würde er sich aufdrehen und bis Donnerstag vielleicht hier dann ein schönes Hochstellen, vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht hier, aber ich glaube es wird fast eher in dem Bereich, dann wieder abknicken und dann langsam Richtung Juni-Verfall, sich wieder ein bisschen tiefer positionieren. Das wäre wirklich meine Wartungshaltung jetzt in diesem Sinne. Ich glaube, wir gehen über 15 rein, 4,65, 5,10. Das wäre auf jeden Fall positiv für den Montag. Das würde ein bisschen implizieren, dass wir da oben seitwärts laufen und am Dienstag nach oben stechen. Sollte er unterhalb von 4,65 am Montag laufen, eher um die 400, 4,30 dann zur Seite laufen, weil er das Gap noch zumachen wollte, dann klickt er zum Dienstag kurz nach unten nochmal und läuft dann die restliche Woche Richtung Donnerstag Nachmittag nach oben raus an und kann dann durchaus auch 6,70, 5,70, 7,80 erreichen und so weiter. Kritisch wird es dann erst, wenn er wirklich den Bereich gebricht, ähnlich wie man das letzte Woche schon kommuniziert hat. Na, hier unten, von hier kann er sich nochmal nach oben andrehen zu versuchen oder versuchen anzudrehen und wenn er aber dann zu tief kommt, wenn er auch hier so eine 2,70 nicht hält, wenn er eine 2,30, dann ist er eigentlich schon zu spät, also unter 2,30, glaube ich, wird nicht mehr viel passieren. Unter 2,30 wird dann wahrscheinlich eher wieder Richtung die Tiefs geschoben werden und dann hat er jetzt, ich sage mal, Juni, Juli, August, September, das sind dann schon eher Monate, wo man unten raus ein bisschen mehr Lauf geben lassen sollte. Also, in diesem Sinne achtet mir ein bisschen auf die 4,65, 5,10, alles darüber, eher positiv, mit leichter, trotzdem Seitwärts-Tendenz zum Montag, alles drunter, Abwärts-Tendenz und, ja, wenn der amerikanische Markt zu ist, sind viele nicht mit dabei, ja, deswegen lasst euch nicht in Fallen reintreiben, wenn da irgendwie schnell was anzieht, in der Regel stirbt sowas dann ziemlich schnell auch wieder ab, hat sich irgendwo Geld reingesammelt, klackert dann langsam wieder zurück und drückt es auf der anderen Seite dann wieder raus, das Geld. Und von daher ein bisschen, ein bisschen einfach die Erwartungen vielleicht ein bisschen zurückziehen an den Montag und dann eher auf dem Dienstag versuchen, die Vorbereitungen dran zu setzen, dass man sagt, okay, man guckt sich jetzt den Montag an, um dann für den Dienstag eben gut positioniert zu sein. Ja, deswegen glaube ich, Montag eher seitwärts, Dienstag dann mit gutem Schwung drin und wünsche euch damit viel Erfolg zum Montag und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschöö! Tschöö!